hallo und herzlich willkommen meine genossen mein name ist dennos und ja heute zog ich mal wieder mit derselben konstellation wie gestern nicht wie gestern sondern wie das letzte mal auf jeden fall haben wir den crane destiny gaming aka chris dann den alex aka den la und einmal den xd judy hallo jungs ja wir spielen jetzt wie es aussieht der riese aber der load der load screen sieht aus wie der riesen also naja also auf jeden fall zocken mit discovery island und haben wir schon direkt so tausend texte wo gibt es das zu suchen das ist eine säge um diese dinger hier auf dem wohnen zu zersägen ich brauche eine säge doch das war wohl nicht die sägen ja oben dort 2000 man da kann man nicht hier ist der sehntruhe sehntruhe eilig wie groß die map ist bzw. offen wo hier bei mir was ich bin bei ping ok ok es piept sogar Was ist das denn? Objektives ok jetzt wird es interessant Find all the activate all the three power switches Ok einen haben wir denke mal Das sind glaube ich diese 2000er Türen da 9 Perks Optional 4 Seelenkissen Unlocked Tomp Was ist ein Tomp? Grabe Ich habe also Bight Ending Cool Endgame gibt es Ich habe hier einen zweiten Switch Wer will ihn sehen wer nicht Ah ich habe eine Säge So ich aktiviere mal den zweiten Switch Hier ist Juggerlock by the way Müssen wir Strom anmachen oder wird der Strom aktivieren Wenn wir alle drei Power Dinger da aktiviert haben Ich denke mal wenn wir alle drei aktiviert haben Ok Ich mache jetzt alle Kisten hier auf Sucht euch auch eine Säge Ja wir sind schon dabei Ja Alter wie viele Kisten hier sind Ja ich bin echt Ein bisschen viel würde ich mal sagen Aber da bekommen wir auch nicht so viel raus Inter Welche Taste war es Ne ist vorbei Das kriegt jetzt Deckel eigentlich Ja Ich habe 120 Punkte verloren Hm Weshalb Ja wegen diesen Chase Kisten hier Achso Ich habe hier Ja bitte Hier ist Press F zu oben so Wo Wo ist der Wo ist der Wo ist der Switch Ähm Warte er ist ein Switch Ähm Ich glaube das habt ihr auch schon gehabt Hier um die Ecke Alter ist der Versteckt man Wenn du den noch nicht hattest Genau Ja stumm Ja Ey ich habe schon mal 50 Punkte verloren Haben wir nochmal 50 verloren Ähm sind die Sägen verstärkt Nochmal 120 verloren Ja die liegen auf dem Boden irgendwo Oh nur Nate Oh Das war keine Nate Das war ein Nochmal Pissig alter Digga die Dinger wollen mich töten Hier sind überall Kisten man Bugs nicht mehr So was hast du gefunden Juli Äh ganz am Anfang bei Quick Revive Ist für 2000 so ein Teil Ja das sind diese versteckten Ähm Perk Türen Ja ich habe hier auch eine 2000 Ey ich öffne keine Kisten mehr Ich höre Ich verliere ganze Zeit Geld Komm eine geht noch Ich habe manchmal eine Säge Das ist für die ganze Zeit Aber ich will keine Ich habe schon mal Ne nie wieder öffne ich so ein Scheißding man Komm eine geht noch Ja Ja 60 Punkte Na gut dafür das ist so Ich habe hier wieder so eine 2000er Naja die sind alle Die sind so bescheitert Also ein bisschen versteckt Wollte ich mich über informieren Oh guck mal da ist eine Kiste War da schon jemand dran Halt da noch meine Kiste mal zu? Ja Ich noch nicht Komm Alter letzte Chance hier komm Oh ich geh jetzt mal ran Oh ich habe eine Waffe CZ Aus der Kiste bekommen Oh es gibt auf jeden Fall Custom Weapons Wir haben einen Python Und Schombiehole Ich schwöre das ist so eine Sucht die Dinger zu öffnen ne Hast du auch Damage bekommen? Ja Null Ok was ist unser Ziel jetzt Wir müssen diese Also die 3 Power Switches haben wir gefunden Jetzt müssen wir die 2000er Türen öffnen Ja ich bin ob du so eine Idee hast Ja dann äh als nächstes ich hab das danach Der dritte Punkt war alle neun Perks zu haben Ja Und dann die Nämlich das 4 war optional mit den Kisten Dann das Grab öffnen und 6 ins Endgame glaube ich Alles klar dann wollen wir mal Punkte generieren Wollen wir zuerst Jack Freikaufen oder ist das alles so unter und so Kann man Jack Freikaufen überhaupt? Hast du nicht Jack Freikaufen dennis? Ja ja klar aber da war so ein Power Switch so Also kein Ja ich hab ihn ja nie eingesehen Ja dann würde das sein Ich brauch halt nur noch Habt ihr echt noch keine Säge gefunden? Ne Das war schon die ganze Säge Ah hier ich hab ich weiß welchen du meinst Also die liegen einfach am Boden herum Ich hab hier ist Ja ich hab sie gesehen oder stand da Du musst öffnen Ne ich hab die gesehen Vielleicht gibt es nur eine Habt ihr auch gerade gedacht Ich glaub kaum dass es nur eine gibt Ich glaub ich hab hier einen versteckten gefunden Alle Spots merken diese 2000er Türen Weil die sind voll versteckt Ja ich hab hier Ich hab hier einen gefunden Säge Ja Gut Ja die sind offensichtlich am Boden Ja Ja Ich muss auch mal Ich hab auch ein Stinks gefunden 2000er Türen Und 20 Oh yeah Oh yeah Darf ich hier nichts Ja hab schon jetzt erst auch gesehen Habt ihr ne Waffe? Ja Wie kannst du denn bitte auf dieser Map sterben immer? Haha Warte ich muss auch mal schreiben So Ja Ja Verschreib's keine Ja Ja Ich hab keine Binds Ich freu mich schon wenn einer von euch stirbt Ja dann hab ich den Ultima Türen So ich kann eine 2000er Türen öffnen Ich öffne mal Jugg am besten Wenn es Jugg ist Machst du das? Hier ist er ne? Ja es war Jugg Nice Oh ich dachte du meinst den hier Also den hier Hier ist auch einer Achso Okay Ja die Map ist sehr sehr offen alter Habt ihr ne Waffe irgendwo schon? Ja ich hab Ja wir war ne Kiste Achso Ich hab einer aus der Kiste bekommen Also solche Buddle Auch enges Double Point zur nächste Runde Oh es gibt Thunder gerne hab ich gesehen Echt? Ja Geil Ah hier ist ne Map von der Map Die Map von der Map Ja also halt äh So ne Übersichtskarte Achso ja ok Ah die hab ich wirklich gesehen Ja jetzt ist grad jemand noch relativ langweilig weil noch so wenige Zombies unterwegs sind Was heißt wenn ich diesen langsam unterwegs noch Wird gleich aber Ja Hoffentlich Klar Die Sache ist die spawnen halt überall ne Ja Mal gucken ob Messern hier Uh Ja Messern bringt Ja 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 schlossen hat jetzt hier eine Säge ich nicht wollen wir mal gucken ob wir finden jetzt kommen warum meine lag weil ich hab das Gefühl weil die lage vorher auf jeden Fall noch nicht kann es machen öffnet so halt Quick Revive hier lag meine lag die bei Jugga in der Nähe ok dann weil meine lag bei Jugga meine bei ich bin dick am Punkte machen was 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 findest du geil ich hab die MSM-C in der Kiste bekommen hast du Peacekeeper nee MSM-C ja ich hab die Friedenstatt hier war auch noch so ein Oh Hunde vorsichtig viel Richtofen oh Mann darauf muss ich noch einen Konter finden und dann hinz oh ich schieß mit meiner normalen Pistel anschaut mit der ZZ also von den Kisten ich hab verliere fast nur an den Kisten Alex Digga das hat mich fast noch mitgeführt du hast heute Jugga noch oder nicht doch Mensch du Noob ich hab das gar nicht realisiert ich dachte nur Leute was liegt da auf dem Boden ich hab auch noch ein Damage bekommen da von Alex aber ich bin nicht gestorben ich hätte noch nicht mal einen Jug ich hatte Jugg ja ich hatte Jugg ich hatte Jugg ja das billige das billige Jugg was für ein billiges Jugg ich bin jetzt einfach mal das hier ich will nicht bloody ich hab nur einen HIP bekommen auch ganz neben auch ganz neben so so bevor ich jetzt Jugga kaufe kaufe ich noch eine Tür irgendwo auf ja hier oder zwei ja hier und warum ach so kannst du auch noch da hinten gehen da sind noch welche im Busch links von dir war auch einer Busch Meinst du den hier? nee warte egal den hab ich einfach jetzt gekauft ich kaufe einfach den nochmal bei Speed Cola also los wer viel lieber schon die Eman Schaufel sehe Pick up Weeben ah nein fachsisch oder war das einfach noch ok wie bist du jetzt reingekommen das wie Cola ja ich hab's sogar aufgekauft oh aber wo wie lang ah da von der Kiste aus hier vorn 40 Punkte da hat sich jemand hier den guten Spot zum Punkte machen ausgesucht ja ich mach den mal die Kiste ein bisschen ich hasse mal ein bisschen und geh jetzt wieder weg ok ich bin nicht auf der Suche nach einer Säge für jemanden von euch na wenn die auch mal gucken ja vielleicht in dem Bereich wo man aufkaufen muss könnte schon sein dick ist es schon voll? Tatsache ja ich versuche ja grad auch oh ich bin hinter dir Alec ah boop Mensch du Noob aber ich dachte ich dachte kann man jetzt 2 Funk kriegen ah ah Mann ja das hatte ich gestern auch ich bin gestern letztendlich gestorben Mann lass uns jetzt mal einkommen ich hab so eine PSG 1 eigentlich richtig heiß ich hab mich grad ähm wir müssen ja diese ganzen Schritte da machen ja ob es reicht wenn einer alle neun Purs ja ja das hab ich mich grad auch gefragt Alter da war schon wieder so ne Miene ja du hast mich schon wieder mitgetroffen Alex oh er hätte ich sterb deswegen hoffen ja ich hab Muni gefunden cool Gehen nur noch für dich keine Ahnung ich weiß nicht ob ich die Muni jetzt bekommen habe oder nicht ich hab auf jeden Fall bekommen oh wo hab ich denn die Lamm gekauft ah der Doktor Niter ist hier hier ich hab auch noch ich hab auch noch Jagger fix oder fuck Alex er ist doch dann mit ihm gestorben ich weiß ja nicht mal was das heißt ähm was real ist oder mehr aber das kannst du ja nicht wissen ja ich bin von Esmin stirbst ja Esmin gestorben achso ja ein bisschen kein Noob oder ein bisschen Ultranook oder ein bisschen Ultranook ja ich weißt man kann springen so ich weiß nicht ob du sowas kennst ja ich bin also das war keine Ahnung so ich könnte gleich wieder ich könnte gleich wieder zwei Türen kaufen ja jetzt wird die Map langsam interessant ich war nur nicht einmal in der Kiste ich war nur nicht einmal in der Kiste ok nach zwei 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 3 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 Leute haben wir jetzt auch gekauft weißt du jemand? Woa der steht auf einmal hinter mir, der... oh du Junge Ah, die Intro würde wie vorhin Jaja, wir sind schon... ich weiß nicht, Julis gerade bei einer ich bin auch bei einer Arne, komm mal her jetzt auf MG Ich hab keine Muni, ne? Ach so, ja. Sag das doch. Like me. Ja, ich bleib Granaten. Ja, ich bleib Granate an. Okay, ich hab nen Crawler gemacht. Oh, hat er nicht was nachladen? Granate geworben. Die Kiste ist gut. Es war Zeit, die Waffe zu wechseln, ja. Hinter dir, Alex. Alex, komm mal hinter uns gleich, ok? Ich hab ne Ki... Ich hab ne Ki Paros bekommen. Die von Black Ops 1 und die Scheiße. Oh, hatten wir gestern auch bei der Map, die wir gespielt haben. Die ist unnormal kacke, man. Ich hab voll Angst mit der zu spielen. Bei uns ging die voll, aber die Muni war einfach nur schnell leer. Dann lachen wir den mal bitte. Ach so, ja. Also nicht lassen, sondern einfach mal Fiete müssen. Ja, ich weite ja, bis sie hier vorne kommen. Wir kommen hin, wir kommen hin, wir kommen welche. Oha, warte. Von die überall. Ich hab ne Säge, Chris. Oh, ja. Ich hab ne Säge, Chris. Ich hab ne Säge, Chris. Gebt dir gleich. Ja, ich komm gleich. Warte. Mach mit dem paar Punkte. Ja, warte. Den zwei. Wo ist die Säge denn jetzt gefunden? Oh, die Säge. War so ein Teil hier, ja. Ja, guck mal, vielleicht eine Lastung. Vielleicht so ein bisschen. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ich hab mal keinen Punkt. Ja, aber du kannst, ach so, die zählen da auch rein. Ja, okay, dann kannst du's da töten. Ich hab einfach, ich hab irgendwo nen Crawler gemacht, ne. Jetzt. Da muss nie. Irgendwo. Oh, ich hab ne Warfel wieder. War ja gar nicht irgendwo. Ich hab ne Walter bekommen. Ja, die war hier. Ich hab sie gesehen. Eh? Äh? Mit dir jetzt kann das sein. Ich hab sie sonst hundertprozentig gesehen. Oh, ne, warte, ist er gemoved. Oh, ich hab mitbekommen. Ah, hier ist sie. Warte, jetzt muss ich erstmal zum Schuss kommen. Ich hab mich, ich bleib jetzt hier stehen. Ja, ich hab mich. Ich bleib jetzt hier stehen. Ich hab nicht hier. Na, ich merke mir jetzt sofort. Hat jemand den Crawler getötet gehabt gerade? Äh, ne. Okay, er ist ja gestorben. Versuche hier die Kiste zu füllen. Hier, genau hier wo ich stehe. Ja, okay. Kannst du herkommen, Alec, wenn du willst, ne? Dann können wir die an der Kiste füllen, bevor die zugeht. Also, ich geh jetzt erstmal an die Kiste, weil... Kannst du... Oh, ne Auge. Alter, stehen auf einmal drei Stück hinter mir, man. Was ist denn mit dieser Map los, man? Ich spawne wie sie wollen. Mach wieder Multiplayer. Stopp, Alex. Das ist jetzt aber erstmal ein Jugger, ne? Wo ist die Kiste? Hier ist noch eine. Oder meinst du die Waffenkiste? Die Waffenkiste. Die ist hier hinten bei uns. Komm, hier mit einigen Zombies. Kann ich? Ja, ja. Mach. Oh, ich habe hier Muni zum Kaufen gefunden. Ach, nein. Kaum. Für 2500 für die jetzige Waffe. Also, jeder für sich. Aber unsere Kiste ist frei, Alex. Wenn es abbauen. Ja. Ja. Wo ist die Waffenkiste? Also, wo ich eine Waffe... Ah, jetzt habe ich die Siegel gesehen. Hab sie. Hab sie. Ganz gut. Äh, guck in den Himmel. Der blaue Strahl. Hier hinten irgendwo. Klar. Ja. Oh, nice. Nehm. Ja, warte. Okay, lad erstmal nach. Äh, Alex, den Imperativ bitte benutzen. Danke. Auf meine Decke. Auf meine Decke. Auf meine Decke. Auf meine Decke. Oh, schon wieder runde. Ah, also. Alter. Ich hab auch mal eine Tür aufgemacht. Ja, ich gerade auch. Vorhin. Oh, Kiparis habe ich auch. Ja, sie ist behindert, Digga. Gib die ab direkt. Instant. Oh, Thunder Gun. Was? Nice. Hurra. Na, ich höre sie.